Bevor das eigentliche Video beginnt, eine Frage. Steht die NATO wirklich vor dem Ende oder wie siehst du das? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Douglas McGregor, ein ehemaliger Oberst der US-Armee und bekannter Kritiker der westlichen Außenpolitik, hat die NATO wiederholt als eine Organisation beschrieben, die sich in einer tiefen Krise befindet. Besonders im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt kritisiert er die Strategie der Allianz und betont, dass die militärische Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Mitgliedstaaten ein verzweifelter Versuch sei, die Illusion westlicher Stärke aufrechtzuerhalten. McGregor sieht den Konflikt als Symptom eines größeren Problems. Die NATO selbst steht, seiner Ansicht nach, am Rande des Zerfalls. NATO, eine Allianz am Scheideweg. Laut McGregor hat der Ukraine-Krieg viele der grundlegenden Schwächen der NATO offengelegt. Die Entscheidungen, Russland zu sanktionieren und gleichzeitig die militärische Unterstützung der Ukraine zu verstärken, hätten zu internen Spannungen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten innerhalb der Allianz geführt. Während einige Mitgliedstaaten, allen voran die USA, entschlossen sind, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, geraten andere, insbesondere in Europa, zunehmend unter Druck. Die steigenden Energiekosten und die Bedrohung durch mögliche Versorgungsengpässe im Winter zwingen Länder wie Deutschland, nach alternativen Wegen zu suchen. McGregor argumentiert, dass Europa aufgrund seiner Abhängigkeit von russischer Energie vorsichtiger hätte agieren müssen. Anstatt die Sanktionen als strategisches Werkzeug einzusetzen, hätte die NATO eine diplomatischere Haltung einnehmen sollen. Russland, so McGregor, hat durch seine Kontrolle über die Energieversorgung in Europa eine starke Position, die durch die Sanktionen der NATO-Staaten nicht gebrochen, sondern verstärkt wurde. Dies führt laut ihm zu einem winterlichen Energiekrieg, bei dem besonders die deutsche Bevölkerung die Konsequenzen der politischen Entscheidungen zu spüren bekommt. Die Rolle der USA und die Verantwortungslosigkeit der westlichen Eliten McGregor ist der Meinung, dass die Vereinigten Staaten, die NATO, zu einem Werkzeug ihrer eigenen geopolitischen Interessen gemacht haben. Er behauptet, dass die USA den Konflikt mit Russland eskalieren, um ihre eigene globale Dominanz zu bewahren. Nach Ansicht McGregors dienen die NATO-Maßnahmen vor allem dazu, die amerikanische Vormachtstellung zu sichern und nicht dazu, die Sicherheit der europäischen Staaten zu gewährleisten. Die EU-Staaten, so McGregor, hätten sich durch ihre unbedingte Unterstützung der US-Politik in eine Abhängigkeitsspirale begeben, die ihre wirtschaftliche und politische Souveränität gefährdet. Die westlichen Medien werden in McGregors Analysen ebenfalls stark kritisiert. Er wirft ihnen vor, eine Desinformationskampagne zu führen, die die Realität des Ukraine-Krieges verzerrt. Während die russischen militärischen Fortschritte an vielen Fronten verschwiegen werden, konzentrieren sich westliche Medienberichte auf Erfolge der Ukraine, die McGregor als PR-Siege bezeichnet, die den tatsächlichen Zustand der militärischen Lage verschleiern sollen. Seiner Meinung nach wird dadurch der Eindruck erweckt, dass die NATO und die Ukraine in der Offensive seien, obwohl die Realität eine andere ist. Eine Allianz in der Krise, interne Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen. Ein zentraler Punkt in McGregors Kritik ist die Spaltung innerhalb der NATO. Während die USA und Großbritannien eine harte Linie gegen Russland fahren, zeigen sich Länder wie Frankreich, Deutschland und Italien zunehmend zögerlich. Diese internen Spannungen schwächen die Allianz und lassen Zweifel an ihrer Zukunftsfähigkeit aufkommen. Der Ukraine-Konflikt hat gezeigt, dass die NATO keine einheitliche Strategie verfolgt und dass viele ihrer Mitglieder unterschiedliche Prioritäten haben. Diese Uneinigkeit könnte langfristig das Ende der NATO in ihrer jetzigen Form bedeuten. McGregor betont, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts für Europa schwerwiegender sind als für die USA. Während Washington die Sanktionen gegen Russland vorantreibt, sieht sich Europa mit den direkten Auswirkungen konfrontiert. Steigende Energiepreise, Inflation und potenzielle soziale Unruhen. Besonders hart getroffen werden Länder wie Deutschland, die stark von russischem Gas abhängig sind. McGregor beschreibt die Bemühungen der europäischen Regierungen, alternative Energiequellen zu finden als unzureichend und warnt vor einem katastrophalen Winter für viele europäische Haushalte. Die Eskalation des Konflikts und die Rolle Russlands. Aus Sicht McGregors spielt Russland seine Position strategisch, geschickt aus. Er ist der Meinung, dass Russland den Konflikt langfristig gewinnen wird, weil es auf eine Strategie der Erschöpfung setzt. Während die westlichen Medien Russland als den aggressiven Aggressor darstellen, hebt McGregor hervor, dass der Kreml in der Lage war, den wirtschaftlichen und militärischen Druck auszuhalten und gleichzeitig diplomatische Beziehungen zu wichtigen internationalen Partnern wie China, Indien und den BRICS-Staaten zu stärken. Er behauptet, dass Russland auch in der Lage war, einige der schwerwiegenden Fehler der westlichen Allianz auszunutzen. So habe Moskau beispielsweise die Energieabhängigkeit Europas genutzt, um politischen Druck auszuüben. Und die Sanktionen, die eigentlich die russische Wirtschaft schwächen sollten, haben nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Dies liegt laut McGregor daran, dass Russland durch seine Rohstoffreserven und seine strategischen Allianzen widerstandsfähiger ist als ursprünglich angenommen. Abschließend stellt McGregor die Frage, wie die Zukunft der NATO aussehen wird. Er ist skeptisch, ob die Allianz in ihrer aktuellen Form überleben kann, wenn die internen Spannungen weiter zunehmen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ungelöst bleiben. Für ihn deutet vieles auf einen langsamen Zerfall hin, bei dem einzelne Staaten versuchen werden, aus der politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit der USA auszubrechen und ihre eigenen unabhängigen Beziehungen zu Russland und anderen Großmächten aufzubauen. Seiner Meinung nach müsste die NATO entweder eine fundamentale Neuausrichtung vollziehen oder sich darauf einstellen, dass einige Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für die bisherige Politik zurückziehen könnten. Diese Neuausrichtung könnte bedeuten, dass die NATO weniger als militärisches Bündnis und mehr als Plattform für diplomatische Verhandlungen fungiert, die das Ziel haben, Frieden und Stabilität in Europa zu fördern. Doch dies setzt voraus, dass die politischen Führungen der Mitgliedstaaten bereit sind, Fehler einzugestehen und neue Wege zu beschreiten. Douglas MacGregors Analysen zeichnen ein düsteres Bild der aktuellen geopolitischen Lage. Für ihn steht außer Frage, dass die NATO ihre ursprüngliche Mission verloren hat und nun vor einer existenziellen Krise steht. Der Ukraine-Konflikt ist für ihn ein Symptom dieser größeren Probleme, die er als Folge einer fehlgeleiteten und unkoordinierten westlichen Außenpolitik sieht. Er fordert ein radikales Umdenken und betont, dass die westlichen Staaten aufhören müssen, sich von kurzfristigen geopolitischen Zielen leiten zu lassen, die langfristig mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Ob seine Prognosen eintreffen oder nicht, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die internen Spannungen, die wirtschaftlichen Herausforderungen und die zunehmende Frustration in der Bevölkerung über steigende Lebenshaltungskosten und unsichere Energieversorgung die NATO vor eine ihrer größten Herausforderungen seit dem Kalten Krieg stellen. Die nächsten Monate könnten entscheidend dafür sein, ob die Allianz einen neuen Kurs einschlägt oder weiterhin an einer Strategie festhält, die für viele Beobachter bereits jetzt gescheitert ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017